Das Bild vom vergoldeten Monat habe ich ja schon einmal strapaziert und in den letzten Wochen bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich werde es nicht wieder tun, denn mir gehen gerade die Superlative aus. Wir haben wieder einmal ein neues Allzeithoch beim Gold gesehen. Das ist das Update März. Ich bin Joachim Brandl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der Goldpreis ist für unseren YouTube-Kanal die Geschichte dieses Monats. Alle anderen Meldungen verblassen angesichts der ständig neuen Rekorde, die hier gebrochen wurden. Anfang März das erste Mal überhaupt ein Preis von mehr als 2.100 Dollar pro Unze und dann innerhalb von nur vier Tagen ein Peak bei 2.185 Dollar. Dem folgte ein leichter Rücksetzer und keine zwei Wochen darauf fällt die nächste Schallmauer 2.200 Dollar. Zum Zeitpunkt dieses Drehs stehen wir bei 2.178 Dollar, die Finance. In Euro ein ganz ähnliches Bild. Zuerst ein kräftiges Kratzen an der 2.000-Euro-Linie und dann am 20. März der Sprung über diese Marke. Seitdem sind wir nicht wieder darunter gefallen. Erklärungen für diesen Ausbruch hat es seitdem schon einige gegeben. Wir haben in diesem Video auch schon ausführlich darüber gesprochen. Das World Gold Council und Bloomberg haben jetzt noch einen Aspekt nachgelegt. Sie berichten, dass zunächst eine Umfrage unter 400 Einkaufsmanagern in den USA eine schwache Erwartung für das weitere Wirtschaftsgeschehen ergeben hat. Das soll dann die Anleiherenditen und den Dollar nach unten gedrückt haben. Und dann hat die Fed am 20. März die Zinsen zwar zum fünften Mal in Folge nicht gesenkt, gleichzeitig aber drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt. Als Reaktion sind die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen gesunken und Gold hat profitiert. Diesen deutlich. Inzwischen hat Gold im Vergleich zum Vorjahr rund 10% an Wert zugelegt. Und damit könnte auch noch nicht Schluss sein. Einerseits, weil in den letzten Monaten starke Abflüsse aus den ETFs zu verzeichnen waren. Wenn diese Anleger wieder zurückkommen, wird es nochmal spannend für Gold. Auch dazu gibt es ein ausführliches Video. Und zweitens, weil die Zentralbanken und hier vor allem China weiterhin Gold einkaufen wie Heu. Interessantes Detail, trotz der Rekordkäufe der chinesischen Notenbank deckt China derzeit nur etwa 4% seiner Währungsreserven mit Gold ab. Die USA, Deutschland, Italien und Frankreich etwa erreichen eine Golddeckung von 66 bis 69%. Übrigens, unter dem Video ist der Abonnieren-Button. Wenn Sie keines unserer Videos versäumen wollen, dann klicken Sie da drauf. Am besten gleich. Weiter geht's. Alle anderen Aspekte dieses März rücken hinter der Entwicklung des Goldpreises in den Hintergrund. Die Weltwirtschaft soll nach den jüngsten Prognosen der OECD im Jahr 2024 um 2,9% wachsen, wobei Europa hier noch weit hinterher hinkt. Für den Euroraum nimmt die OECD nur ein Plus von 0,6% an. Deutschland soll bei 0,3% Wachstum liegen, Österreich zwischen 0,2 und 0,5, die Schweiz bei 1,5%. Für die USA werden 2,1% erwartet, Indien und China bleiben die Spitzenreiter mit einem Plus von 6,2 bzw. 4,7%. Die Inflation bewegt sich überall in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Die 2%, die die Notenbanken als Ziel ausgegeben haben, könnten 2025 erreicht sein. Das glaubt zumindest die EZB. Und das war auch der Grund für die US-Notenbank FED, für heuer noch drei Zinsschritte nach unten in Aussicht zu stellen. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die entsprechenden Aussagen von FED-Chef Jerome Powell dürften dann den Goldpeak am 20. März verursacht haben. Konkret wird für 2024 in Deutschland eine Inflation von 2,3% erwartet, in Österreich von 3,8%. Die Schweiz soll schon heuer das Ziel erreichen mit einer Inflation von 1,5% über das Gesamtjahr 2024. Obwohl sich die geopolitischen Ereignisse auf der ganzen Welt überschlagen, gibt es im großen Maßstab leider wenig Neues zu berichten. Die Fronten in der Ukraine verhärten sich. Der Stellungskrieg wird durch Drohnen aufgebrochen. Die Ukraine wartet auf Hilfe aus dem Westen. Die russische Wirtschaft kann mit Exporten nach Osten die westlichen Sanktionen abfedern. Die Lage in Gaza bleibt kritisch. Die UNO fordert erstmals eine sofortige Waffenruhe. Das hat aber bis jetzt, wenig überraschend, keine Veränderung gebracht. Die Situation rund um die Houthi-Rebellen im Roten Meer bleibt angespannt, zumindest für den Westen. Die gemeinsamen Aktionen von USA, Großbritannien und NATO haben noch keine markanten Erfolge gezeigt. Gleichzeitig haben sich aber Russland und China mit den Houthis auf einen Deal geeinigt. Moskau und Peking haben den Houthis politische Unterstützung zugesagt. Im Gegenzug werden russische und chinesische Schiffe nicht mehr attackiert. Wie genau diese Unterstützung aussieht, ist derzeit allerdings noch nicht klar. Für alle anderen Frachtschiffe wird der Umweg über das Kap der guten Hoffnung in Südafrika immer mehr zur einzigen Alternative, auch wenn der Zeit kostet und damit die Frachttarife verteuert. Der Monat ist also schnell zusammengefasst. Es ging ums Gold. Und dazu interessiert uns auch Ihre Meinung. Was denken Sie? Werden wir im April die nächsten Rekorde fallen sehen oder war's das? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare oder per Mail an tvstudio.atfiloro.com. Ich bin gespannt, sage wie immer Danke fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020